Ui ok Nein Cock Was machst du? Nein was machst du? Kannst du dich dort nicht festhalten? Musik Aloha und willkommen zurück zu Star Wars Jedi von Orden in Fall Ich habe mich jetzt bis hier noch vor dem Kurs zurückgekämpft dass ich das nicht nochmal machen müssen aber jetzt geht es hier weiter Wow Das habe ich nicht erwartet Das ist eine riesige Zeffo Statue Sollten da nicht auch Zeffo Sachen drin sein? Wow ok Gehst du ihm? BD1 Ok Leute Jedes Mal wenn ich aufnehme vergesse mein Handy auf Stunzen schalte Ich glaube es nicht Tut mir leid Leute Ok Oh ok Oh ok Du hast recht ich könnte deinen damit ersetzen Oh ja Reparieren wir dich mal Und besser Und besser Und besser Und du die Haha Willst du es versuchen? Ich kann nicht Ich kann dich da unten sehen Ich kann dich da unten sehen Wie gesagt Ich glaube du siehst mich jetzt nicht Hey Duda Komm her Ja Eieiei Was macht ihr eigentlich hier jetzt? Der Ok Okay Let's do it Let's do it Let's do it What the fuck What the fuck What the fuck Was ging jetzt hier ab? derecho Ich muss es nichtabile Ja Ja Hii! Ayyayyay, sooo ok bei dir. Alter, das krasse hier, ok. Hecke mal bitte. Yuhuuu! Suche im Planer Ausgrabung und weiteres abgestützten Rathurs. Digga. Ganz ehrlich, ich weiss nicht ob ich hier überhaupt richtig bin. Das wollen wir hier jetzt machen. Keine Ahnung ob ich hier richtig bin. Oh, da ist noch eine Ruhe. Oh, wir haben noch eine Ruhe liegen lassen. Scheisse. Ich frage mich wie ich dorthin komme jetzt, oder? Das Netz geht noch ein bisschen in Rätsel. Jetzt mal ohne Witzeln. Wo müssen wir... Wie kommen wir dorthin? Unterirdische... Weil das ist ja unterirdisch, diese... Moment. Wir müssen zu diesem Lift hier kommen. Das ist der. Der? Ja. Ich glaube, ne? Ja. Ich glaube, ne? Dann müssen wir bald irgendwie zu dieser Tür kommen da, oder? Oder bin ich falsch? Ich weiss doch selber nicht, Alter! Jetzt ohne Scheiß? Wie komme ich dorthin? Hä? Das denkt ihr doch eigentlich jetzt mal ohne Scheiß, ne? Okay, jetzt habe ich verschiedene Optionen. BD. Wir müssen hier irgendwie durch. Erledigt. Wow, 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 wow. Geil. Ja, habt ihr eigentlich Bock, dass ich nach Jedi von Order, den Neuertal, let's play, wenn er rauskommt? Jedi Survival. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich bin mega geheimt auf dieses Game, ne? Ich bin dumm. Warum ruhe ich mich aus? Alter, jetzt sind die Gegner wieder da. Ah! Egal! Moin! Ein Aufständischer! Morgen sind wir gar nicht. Klappen auf ihn! Oh Gott, das ist so hindert! So! Oh, Moment, ich gehe rufen, ne? Aha, okay. Okay, gut. Ich habe das Gefühl, wir sind... ...hier richtig, ne? Wenn ich jetzt mal behaupte. Oh, oder auch nicht, oder doch? Ich weiss nicht. Ui, ok. Nein, kuck! Ok, ok, was machst du? Nein, was machst du? Kannst du dich dort nicht festhalten? Wer wollte da wohl gerade sagen? Ey, Tüge. Du, äh, kannst du mal einen Witz erzählen? Keine Ahnung, warum? Ha, witzig. Äh, die. Äh, what? Ach du Scheiße, das kann nur... Scheiße, wer... Oh, oder auch nicht. Okay, das ist gegangen. Alter Scheiße. Was machen die mit mir? Oh, die. Mach ich hin. Ey, yo. Leck mich am Arsch. Ja, 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 du kannst mich mal. Habt ihr das gesehen? Kann ich nicht verfolgen. Bringt es zu Ende. Bleibt an ihm dran. Ja, ich will hier reinkommen zuerst. Verdammt schlimm. Ziel verwundet. Liga. BD, stimmt zu mir. Verfolgt all seine Bewegungen. Hört den Durchstrom-Troppler. Er ist verwundet. Lass uns wohl alle Belohnungen an mich gehen. Ich will hier ganz genau jetzt. Warum gehst du so komisch? Ich hatte neulich einen Fehler gelöst. Seitdem hat mein Knöchel ein merkwürdiges Klickgeräusch. Hör damit aus, es geht nicht. Ja klar, sofort. Okay, da bist du nur einmal gemetzelt, oder? Und das so richtig? Hey, ein Eindringling! Ich bin unterwegs! Okay, okay. Hab ich das für Grenzen? Moin! BD, wir müssen hier irgendwie durch. Nein! Was bist du für... What the fuck? Ich beobachte dich! Der Schmerz! Mehr! Yo! Ich brauche eine Herausforderung! Dicke! Ja, sterb! Er kann sich nicht besiegen. Was?! Was ist das?! Der fuck, ich kann nicht mehr das parieren oder blocken? Willst du mich verarschen? Mäh, komm Alter, so von hier! Ey, das ist so behindert gemacht bei diesem Game, jetzt mal ehrlich, Alter. Eigentlich die Hälfte musst du wieder von vorne machen, Alter. Komm, das ist doch ein Witz, ehrlich, jetzt mal. Ich hab dich gefunden. Schlag nochmal zu! D- D- ... 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